Hallo und herzlich willkommen zurück in der Bande Neu-Volt von einer weiteren Folge von Octodide. Letzten im Einkaufszentrum stehen geblieben und die Musik, die hat mich. Okay, let's go. So, Leute, wir sind im Einkaufszentrum. Wer hat Bock auf Cereals? Okay, let's go. Half-Sale, oh, die Pizza ist im Angebot, Leute. Gut, das nehmen wir gleich mit. Das Körper geht gleich mit. Dominik, Pizza im Angebot, schlag zu. Take all die Pizza. Dominik, take all die Pizza. Okay, let's do it. Okay, fight the frozen pizza. Ich wusste gar nicht, dass es die Pizza ist, aber ich hab's ja nicht vermutet. Oh. Okay, Leute, das Körbchen mit, das Körbchen mit. Oh, ich swag in den Einkaufszentrum rein. Da ist die Pizza. Oh, please, gib mir... Warte, kann ich da... Kann ich sich da aufmachen? Out of order. Oh, nur noch eine Pizza da. Leute, wir hatten Glück. Wir hatten echt Glück. Dann gibt es Schlimmeres, als Pizza zu wollen und dann ist zu. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh, das ist zugefroren. Oh, also die... Okay, also Leute, die Pizza, das ist eingefroren und da komm ich nicht durch, weil die Pizza ist eingefroren. Ja, ich arbeite hier. Warte mal. Da ist noch was. Was ist das? Das will ich nicht. Ah! Wie geht? Kann ich da rein? Oh! Ich geh... Okay. Ich geh halt durchs... Ich geh halt durchs Kühlregal durch. Warum nicht? Warum nicht? Aber nicht, dass wir da... Meine Tentag einfrühen. Oh, get Tommy's cereal. Okay, wir müssen... Die hat's weggenommen! Oh, die hat unsere Tito... Oh, Leute, die hat unsere Knospap-Frühstück, sage ich dazu nicht, Cereal. Excuse me, man. Was are you doing? Hahahaha! Wo ist es? Ich hab's weggeworfen! Fuck! Wo ist es? Oh, shit, ich hab's irgendwie... Ich hab's irgendwie weggeworfen. Nehme ich das. Hehehe. You can't get me! Destroy! Destroy! Hör das? Was, zu zerstören? Muss das zerstören? Kein Problem, Leute. Warte mal, da sind die da sind die Thomas Serial. Awesome! Awesome! Warte, high five, high five! Awesome! Was? Oh shit, also das Kind sucht... Was, ich seh mich nicht! Ich kann mich nicht sehen! Mangos, oder? Also das hat das Raumschiff da oben. Wie krieg ich das Mangos, oder? Please, warte mal, muss ich da raufklettern? Oh Leute, das sieht gut aus! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Oh Leute, look at these moves! Ohohohoho! Scheiße! Gonna climb dead bitch! Gib mir das! Yes! Hat dir das gesehen? Awesome, Leute. Langsam krieg ich die Stangen echt raus. Ist das am Anfang... Ist das ein bisschen verwirrend? Und jetzt brauche ich nur noch die Frozen Pizza? Das ist ja easy gewesen. Leute, ich bin ja awesome! Aber ich glaube, ich brauche irgendwas. Ich brauche einen Flammenwerfer vielleicht. Oder eine Melone. Oh, ich hab... Oh, nee, ich nehm die Melone. Give me some Melons. Oh shit, ich bin ausgerutscht. Wer ist der Typ? Der hat... Schaut mich da an. Locate the perfect people. Gebehrt aus. Hahaha! Hehehe! Hehehe! Also, ich muss Ihnen den perfekten Apfel geben. Das ist, glaube ich, der. Bitteschön! Der perfekte Apfel. Äh, gelb! Ich mag... Die grünen Apfel mache ich am meisten. Die sind süß. Bitteschön, kein Problem. Oh shit! Oh shit! Frau Meier, können Sie mir bitte helfen, die Türen aufzumachen? Ha! Lol! Das ist ja heftig! Boah, das ist ultra schwer, da durchzukommen. Ha! Ich kann da durch! Hahaha! Oh, okay! Look! Haha! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh nein, 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 nein! Oh! Ich hab aber die Pizza! Immerhin! Hehehe! Die Salamigkeit uns! Oh! Das war jetzt... Das war super! Oh, ich mag das Spiel! Grab some chocolate milk. Wo ist denn die? Ist sie dahinter? Da! Warte, da hinten. Das war so leucht, oder? Excuse me, ich möchte die chocolate milk. Excuse me, Dame! Bitte schön! Frau Meier! Hier, bitte schön! Eine... Eine... Eine Orange für die junge Dame. Zu meiner Linke! Noch eine für die... Die Mann! Noch eine fürs Kind! Und die Oma hat sich ja auch... Du hast... Bitte schön! So, was das? Ah! Der chockert mich! Oh mein Handy, Leute! Get a sushi sample in bag! LOL! Das ist sogar Minecraft! Chockert... Mind... Minecraft... Leute! Da gibt es sogar Minecraft! Okay, die nehme ich mit! Die nehme ich mit! Hat, 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 hat! Da, 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 da! Oh! Da werde ich das Kind aber freuen! Geh, der Sushi! Wo kriege ich Sushi her? Aber Moment mal! Sushi! Das sind ja Fische! Das ist ja... Da muss er doch weinen, oder? Weil das sind doch seine Freunde! Leute! Kann ich die Brille aufsetzen? Oh! Oh! Look at this, Leute! Oh! Wenn wir... Oh! Wenn wir nicht beautiful sind! Oh! Oh! Das ist cool! Ich finde das cool, dass man noch Sachen aufsetzen kann! Da ist das Sushi dahinten! Ok, wenn ich dahinten muss... You can't stop me! Ist das das Sushi? Nom 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 Oh shit, da schwindet dieser scheiß Koch Oh, muss ich weglaufen? Oh, nein, nein, der will aus mir Sushi machen Der Koch ist mein biggest enemy Da, Banan- Oh nein, 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 nein Oh Gott, oh Gott Oh, 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 nein, 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 nein Nein, da, Steroide, für dich, Bananer, für dich Shit We have to escape, oh Gott Tomato Oh, ich bin, Leute, ich bin im Endlich, ey, ich krebe in der Marmelade Oh, scheiße Nein Nein, ich kann mich nicht enttacken Ich, ich to den nicht Da hinten steht er doch Ich seh dich doch Shit, den sieht man doch Da, Fleisch für Dominik, so ein kleines Mitbringsel Kann er sich um den Hals hängen Macht sich gut Oh, ich häng gar nicht mehr in der Marmelade Oh ja, doch, da hier Oh, ich muss es auf, 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 aufwischen Oh, shit, aufwischen Oh, jetzt Okay, okay Das war's Ah, das war easy Okay Das war nicht Das war nicht so schwer Okay Ah, das ging doch gut, oder? Nein Ich hab ein Sushi geholt Quit, schlepp Psch 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 Check At the front Is this the casa? Achso, ich muss es so drüber Pipp 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 Fertig, oder? Dann Wir haben gesagt, wir gehen nicht in das Aquarium Genau das haben wir gesagt Das ist doch scheiße Was ist das für eine Entscheidung? Ich war einkaufen auf die ganzen Sachen Versteht sie mich nicht Ich Das ist voll sad Die kann doch auch mal nett sein Die könnten rum auf den Platz gehen Und in die Spielhalle In die Spielhalle Und Stripclub What? Okay Leute, ich werde aber mit diesem Part Karten machen Wenn sie sich gefallen hat Gebt mir doch mal ruhig Sehr freuen Ansonsten wünsche ich Wunderschönen Tag Okto, der ist echt best aus erwartet Und es freut mich auch Dass euch gefällt Ähm Ein paar Parts kommen noch Ich weiß, dass es nicht so ein langes Spiel sein wird Also ansonsten Wiss ich mir nichts, Part Drei Zwei Eins Da Ist so kalter Winter Lasst mich ein Ihr Kinder Öffnet mir die Türen Lasst mich nicht Erführen Scheiße Die helfen mir alle nicht Aber dahinten sind welche abgesprungen Ich gehe mal zu denen hin Oh Oh Fuck Da ist ein Bär Oh Da ist ein Bär Oh Gott Oh Gott Leute, ich helde da I was not prepared Mich jetzt echt erschreckt Red mir so ein Bär nach Oh shit